Wir sind Martina und Stefan Rudolf aus Hamburg. Wir haben uns 2016 ein Haus hier in Odalengo Grande in Italien, Piemont, gekauft. Mit der Hilfe von Casal del Verde, Davide Mazzucco. Und wir sind mit der Hilfe von Davide zu unserem Traumhaus gekommen in Piemont und freuen uns sehr, ihn gefunden zu haben. Ein kompetenter Mann, der uns wirklich, wirklich, wirklich verstanden hat, was wir suchen. Und mit Hilfe seiner sehr guten Auswahl haben wir es geschafft, schnell uns ein Haus zuzulegen. Mit allen Hilfestellungen, die man benötigt, wenn man als Deutscher nach Italien zieht. Alle Behördengänge erledigt, alle notwendigen Registratoren, alle notwendigen Maßnahmen, die benötigt worden sind, um hier ein Häuschen fürs Leben zu finden. Darüber sind wir sehr froh und freuen uns darüber. Davide Mazzucco kennengelernt zu haben und in seinen seriösen Händen gefallen zu sein. Ich bin sehr froh und glücklich, dass diese Haus in Piemont mit David Mazzucco ist ein Haus im Verde. Wir haben eine Haus in Piemont. Wir sind so froh und nicht mehr so glücklich, dass wir nicht mehr sagen können. Ich möchte sagen, dass David Mazzucco ist ein sehr, sehr, sehr Mensch. Und jetzt in Englisch. Wir sind absolut froh und glücklich, dass wir diese wunderbare Haus finden finden. Mein Mann und ich, wir waren froh und glücklich, die erste Mal, dass wir diese Haus gesehen haben. Und David Mazzucco ist ein Haus und David Mazzucco, Kasenlverde. Er hat alles, was wir konnten, dass wir diese Haus bekommen haben. Und wir konnten immer ihn vertrauen. Und er hat alles, was absolut kompetent, mit kompetenz und absolut seriösen. Und ich kann wirklich sagen, dass, wenn Sie eine Haus suchen, wählen Sie, Kasenlverde Immobilie, www. Kasenlverde David Mazzucco. Grazie.